ich glaube ich habe zu viel Speed Schlag mich doch rüber Boah das war erstmal looks like a pur-hofft hier Boah tamt doch Opfer Fick dich Au Wer ist das Opfer? Boah scheiße Au Wie soll ich das Scharen bekommen? Na weil ich dich nicht geschlagen habe Ey Alter Oh Gott das Diaschwert weg ein Diaschwert Oh mein Gott Ja das Let's Play kann sich nur noch um Stunden hangeln Aber ich habe jetzt ein paar Videos dann nicht hochladen kann Aber ich habe jetzt gar keinen YouTube-Kanal zu verlinken Tja soll ich mir einmal machen? Ja Nenn ihn dann der Panda mag sagen Nein der Der Hund mag den Panda gern Bleib mal kurz stehen Hm? Bleib mal kurz stehen bitte wenn du oben bist Warum? Nimm mich dir hin Ich weiß gar nicht So Ähm Toll Tja man sollte vielleicht einfach Schiff drücken Aber okay sorry Ey da darf ich jetzt über die hochfliegen ne? Ja Ja Nein Au Ja du hast das auch nicht geschafft Ich kann wieder hier starten Ah du musst dir mit Speed drüber Wow Drückschiff, 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 okay Mach Der Atoll Rico du stehst im Weg Dann jump nochmal auf das eine andere da Wenn ich jetzt jumpe dann klatsch ich gegen dich Kannst du auf das andere springen? Ja gekonnt Okay WTF auf die Lampe Oh mein Gott Au Die Pädi ich bitte jetzt noch nicht Ja schaust du das? Kommen von Anfang an Eine Runde machen wir jetzt noch von Anfang Oh Sauber verkackt Boah hast du den gesehen ey Oh jump doch Oh Ja Ich kann so Dann wird immer mal so tun halt ob man pro ist Und dann verkackt man Ja ungefähr so Äh Nein da nebengejumpt Oh Auch nicht schlecht Boah Boah Ich hab's schon wieder so'n Scheißrückler hier drin Das war man pro So TP dich halt oder flieg hoch Hier wo ich grad bin Oh ja Als statt einfach mal zu fliegen Ja das wär schieten Ach Oh ich bin nicht gedrückt Hilfe Hilfe Du kannst einfach da jetzt auf dem Block hier Und von da dann da hoch Wusste ich Danke Oh Und dann wieder hinten runter fallen Aber was mach ich jetzt? Jetzt musst du da um die Ecke gehen Willst du mich um die Ecke bringen? Ja mich aber nicht Scheiße Hier ist ein Checkpoint Das war für eine Sand der Zeit zu benutzen Ja aber wenn ich noch genügend davon hab Warum bin ich Ah Okay Deswegen Au Nein Ach Ego Wenigstens auf halber Höhe So komm her Das wird so Ich hab mich zu dir gebeten Ja was mach ich jetzt Ach ja Bleib mach weiter Ja Und drück mal kurz Schiff wenn du kannst Hallo Okay bleib da stehen wo du jetzt bist Ja Ja Oh Mann Oh Hey Checkpoint Und eine Milliarde Stunden später Du Ja Ich hab mich die Hacken an Einen der Eigentlich leichtesten Jumps Die scheiß Lampen Und das ist wegen dieser Kante die da ist Ja Da bleib ich Immerhin Oh Toll ist mich noch tiefer gefallen Na und du hast auch der Checkpoint ist So ein neuer Checkpoint ich hab's bisher geschafft diese Ecke hier Okay Hey Irgendwo knall ich da mal geben bleiben stehen Bis so runtergefahren Ich fliege zum Checkpoint Okay Fuck Oh mein Fremd ist zu schnell So Drück Schrift Okay Ähm ich Mach Und Wo knall ich denn da bis jetzt mal gegen Oben gegen die Kante Das ist ne Kante? Gegen die hier Oh jetzt bin ich in den Keller gefallen Warte mal bleib mir stehen Ich hab ne Idee Geschafft War's wirklich Ah Bestimmt gecheatet oder? Ach du guck Ähm hier rote Wolle können wir kaputt machen Mach kaputt Da auch Okay Flieg oder spring rüber Mach Warte mal kurz Äh Knochenmehl Okay weiter geht's Äh wo lang? Ähm warte war da was drin? Ja Knochenmehl Knochenmehl Ähm hier ist nichts mehr runter Was steht da auf dem Schild? Scheiße was stand da auf dem Schild? Lies mal vor Äh Puzzle Crafting Who is this house? Ähm Knochenmehl was kann man damit alles wachsen lassen? Bäume Sonst nix? Halt mir doch nix an Na warte mal Guck mal her Wenn du das nicht genau weißt Guck mal her Oh Ich bin wieder in den Keller gefallen Nein! TPE Mein Gott So Aua Okay Toll was benutztes jetzt hier? Kann man mit Ja meneh Und es geht Geil Ich hab den Pilz wachsen lassen Musstest du ihn wachsen lassen? Jo Du hast recht Also wenn wir Knochenmehl haben dachte ich mir mal dass wir das müssen Und da oben war doch der Ausgang da So Mann Wie ich's nicht mehr hinkrieg Es wird schon wieder dunkel glaub ich oder? Ja machst du Tag? Ja mach ich sofort Mach ich wenn ich da oben auf dieser Terrasse bin Beim letzten Jump ne? Ach Ganz knapp geschafft Time set Null Äh be careful Mein Gott Geh mal auf den Pilz bitte Wee Und ich Entmülle mal kurz mal Envy Boote Bretter Boote Boote Alter wie viele Boote hast du mit Naja ich hab noch ich hab noch zwei Reine mit Envy Be careful Ja ja wir sind immer vorsichtig Hey aber wenn du jetzt runterfällst tust du dir wenigstens nicht weh Äh Doch tut man sich wohl Und das bringt mir jetzt Oh mein Gott kommt auf die Lampe Ja WTF Ja und jetzt und dann über die Lampe da oben ins Haus rein Ich komm nicht auf die Lampe drauf Also ich komm nicht aus von Leitzung auf Leitzung springen Was Okay Tick point Ja gut Schaffst du's aber auch Oh weiter Ähm Rote Wolle Was sagen wir's hinter? Ja geil Eine Träne Ja gibt's hier Aber schon 14 mit der Oh Oh Da hat jemand viel geweint So Das Das ist der Raum wo wir dritten wo wir so doll verkackt haben die ganze Zeit Hey Kuchen Komm können wir von hier aus in den Kuchenraum? Ne können wir nicht Boah Drogentunnel Oh mein Gott Oh mein Gott Farben Ähm Hier geht's auf jeden Fall hinter Und vor Oh Kiste Oh mein Gott Oh mein Gott ich bin runter gefallen Das war ja überhaupt nicht klar Du auch? Bonus Jump for pros only Oh mein Gott Ähm dann Ähm kannst du überhaupt was? Alter man kommt da nicht lang das ist unfair Ja Wenn man rennt Schafft man den Wenn man ganz normal springt Schafft man den Den auch Tja Jump für Pros ne Wer ist der Pro? Und was ist drin? Zwei Tränen Oh Tipp mir Ach wer ist der Pro? Ne ich hab's wenigstens bis hin geschafft ja Tipp mir mich mal Ähm Zwei Wege Zack Ich mach links lang Zack 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 Oh Weißt du was? Ich hab irgendwas aktiviert Ah Ein Ding Checkpoint Was? Oh ja kreil Wow Kann ich den direkt nutzen? Ja ich hab ihn auch direkt genutzt Ich war nämlich unten als du den aktiviert hast Scheiß Zu weit gejumpt Los Ah Schneller 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 los geh hoch Ja Alter Wieso kann ich mich da nicht? Wieso bringt das niek'n da nix? Bringt das? Doch so nicht nur wenn du zuhört vorne aufkommst bist du am Arsch Oh So viel Ich war dann da runter was soll denn denn schon heiß? Du konntest halt ich Oh mein Gott Eis Wollt ihr mich verarschen? Ähm Kiko Ich warte mal ne Schön gemacht Hast du das gesehen wie ich verkackt hab? Dir hörst du sehr schön aus Liegt nur an den Drogenfarben Ja Wow Das ist echt mies wenn man in der Luft einen Ruckler hat Hier guck mal, bleibt weiter stehen Also geh noch einen vor Ja Ach du Scheiße, da musst du schnell sein glaub ich Mal gucken Oh mein Gott Warte, 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 warte Sitz TPE Riku 091 Kiko Äh du, bist dran Hepp, hepp, hepp Hepp, 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 hepp Hepp, 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 hepp Ja ich auch Hast du das gemacht mit Rennen oder ohne Rennen? Hey du scheiß Cheetah Ach so, ich hab gedacht du Das ja umgelegen wollte Die Städte sich das dem wenig gelohnt Weißt du ja Ja, bin ich ja auch Ich bin dran Also du bist einfach nicht gerannt Ja, ich bin aufgesprungen Also du bist einfach nicht garant Ja, ich bin aufgesprungen Ich bin aufgesprungen Ich bin aufgesprungen Ja, ich bin aufgesprungen Die Weltkriege Scho- Einlage Ich bin schneller Ich bin schneller Ich bin schmerz Das war eine Kontexte Scho- Einlage Ich weiß nicht was du hast Und da geht ab Jetzt bin ich hier in Kanzek Oh, bei dir musst du rein Warte Tipe Eh, das nervt, dass ich keinen Flyer-Mod hab Machen wir noch rein mit dem Flyer-Mod ins Starter Nö, kann noch jetzt Tipe Rico Eins kleinen Kiko So, du bist Probier es mal aus, dich festzuhalten Bei dem ersten gleich Wenn du abspringst Ich probier es Und es geht Geil Was machst du denn, du lach? Ja, ich bin ja Pro, ne? Ähm Ist dir der Kopf was gebrochen? Ja, mach nur mein Fuß Ja Also ich, ich schaff's, ne? Oh Do you know Was steht da? Mein Flag Ob du, ob ich, ob man, ob ich weiß, dass das die bulgarische Flagge ist Ich hab keine Ahnung wovon er redet, aber ist ja auch egal Ja, du weißt nicht, wie die bulgarische Flagge aussieht Äh, nö Grundwissen nennt man sowas Ja Was von Welsen? Alter, hast du ein Lack Oh mein Gott Ähm Wow, ich hatte den Rucklein in der Luft Muss man hier an, muss man hier an, muss man hier an nach unten springen? Wollt sie nicht, hm? Da muss man nicht vormachen Ei Tja Ey, geh doch weg Mach an, jetzt hast du mich runtergeschubst, Penner Ey, geh weg Oooo Oooo Wichser Das war jetzt nicht nochmal, ja, du bist schon Wenn ich mies bin, tp, ich dich zu mir und nicht andersrum Oh mein Gott Oh mein Gott Ja, geh weiter, wenn du jetzt sagst Was ist denn da im Wasser, ist das ein Hund? Da, in der Richtung Ja, das ist ein Hund Oh, geil Ich stehe auf Hunde So NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHFG Naja, okay, es ist Eili... Oh, nicht erlaubt die rote Wolle zu zerstören, wo auch hier oben oben. Na, das pinke Wolle. Darf ich sie zerstören? Nein, nur rote Weiß und grün. Äh, did you find a special reward? In all news... Ofter kommt die in der Home-App. Ähm... Was denn? Wadda, M-Ei, was ist das? Ich hab keinen Minecraft. Nein, das sind beiden Schienen. Äpfel. Ich nehme mal 5 Äpfel. Waren da 20 Äpfel drin oder nur 10? Na gut. Ähm. Äh. Tja. Wir haben keinen Minecraft, oder? Ja, nein. Weiter geht's. Oh, schade. End of V1.1. Äh, V1.0 und jetzt geht's mit 1.1 weiter. Aua. Ach du Scheiße, ich hab gedacht, dass wir Ende. Checkpoint if you fall please Trump in the lava. Ähm, kannst du mal Nacht machen? Ich muss kurz gucken. Nein. Timeset, äh. Ich weiß, 100. Äh, nein geht nicht. Geht auch nicht. Äh. Schaffst du's? Ich weiß nicht. Mach halt Timeset. Äh, keine Ahnung. Geht minus irgendwas? Ne, ne? Weiß nicht. Ähm. Das bringt irgendwie auch nichts. Ja, dann halt nicht wirklich. Ja, dann halt nicht wirklich. Die, man ja. Oh, 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 ja. Kannst du ein Video nachher gucken? Hm. Da dann jeden Tag ein Part hoch. Alles nur ausreden. Oh, mit wir 17 hätten. Oh, ja, was zum Drücken. Oh, ach, ein fastes. Oh, geil. Nein. Obwohl... Doch, bring. Kannst du ihn nehmen. Die hören beide... Wow. Verarsche. Ähm. Ja. Eine kapierte Brücke. Ach du Kacke. Ähm, na dann... Rüber da. Das geht gar nicht, oder? Doch, nehmt schon. Na dann. Ladies first. Ja, okay. Du. Mach jetzt halt. Ist das normal, wenn man hier runterfällt? Ja, ich glaube schon. Aura. Das war's. Er ist ein... Schindler. Oh, hier sind wir in ihrem Schild. Oh, toll, das ist No Secret. Hier. Da oben drin auch nicht. Und in dem Punkt? Okay, ähm. Das eine Leiter drin in den Bild. Wo? An welchen Pilsen Leiter? Den da. Da kommt es nicht dran. Hm, 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 hm. Ja, 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 wir haben schon geupdatet. Oh. Hey. Alter, wer redet da bei dir? Äh, mein Nachbar war grad hier. Menschen. Oh. Geil. Ich bin so der Pro. Ähm. Da ist ein Loch in dem Pilz. Ja, da musst du wahrscheinlich hinjumpen. Ja. Nein. Puh. Da, nimm Pils, musst du, du musst durch den Pilz durch. Puh. Sieh auf die Ecke, jump. Ey, so ein scheiß Jump, ne? Ja, ähm, so. New Jump, ey, voll, ne. Hey, yo. Nee, ich schüsse mich für nicht weg. Soll ich dich rüberschlagen? Ja, schlag mich mal. Eben, ein Schreck. Zwei, drei. Mann, ich glaubte. Oh, ich kann nicht gerne noch mal schlagen, auch wenn es klappt, ey. Boah, das kann ich da jetzt nix für. Doch, du lenkst mich ab. Der scheiß Block nimmt die Wartinger kaputt. Also, nach diesen Jumps ist unsere Zuschauerzahl auf null runtergegangen. Würde ich mal vermuten. Oh yeah, null Zuschauer. Denn ab dann hab sogar ich keinen Bock mehr, das anzugucken. Ich nimm einfach den Titel Let's Fail. Ja, das ist gut. Au! Stirb. Gib doch Silber. Oh, nicht mal treffen. Oh, der hat ein Diamantschwert. Oh mein Gott, der Mann schwert. Oh ja, ich schaff's gerade und du schlägst mich darunter, du. Oh nö. Nächste Mal mach ich PIVP aus. Oh nö. Das wär nicht so lustig. Was?